Das kommende Album von Ryman Simon trägt den Titel Chiss. Das Album erscheint voraussichtlich am 10. Juni über das Label Universace. Alle weiteren Informationen zu diesem Release, die Vorbestellungslinks und die Tracklist findet ihr in der Videobeschreibung. Wenn ihr auch in Zukunft immer über neue Veröffentlichungen informiert werden wollt, abonniert einfach unseren Kanal. Vielen Dank, dass ihr euch das Video angesehen habt.